Hallo liebe Wurzelfreunde! Es gibt ja die unterschiedlichsten Tipps, was man machen kann bei einem Insektenstich und allerdings liegt meistens das einfachste, simpelste und fast wirkungsvollste, meiner Meinung nach extrem nah und in unserer Küche. Und zwar, wenn ihr einen Mücken, also Gelsenstich habt, auch einen Wespenstich, Bremsenstich, das ist uns passiert im Sommer, oder auch von einer bekannten Wespenstich, ist das einfachste, was funktionieren kann, eine Zwiebel die Linderung verschafft. Und zwar ist es einfach so, dass der Saft von der Zwiebel einen kühlenden Effekt hat, gleichzeitig auch entzündungshemmend und wie desinfizierend wirkt. Dazu braucht ihr einfach nur eine Zwiebel nehmen, einmal halbieren und die Schnittstelle drückt ihr oder reibt ihr ein bisschen, also leicht, auf den Insektenstich. Ihr könnt die Zwiebel auch gitterförmig ein bisschen einschneiden, damit wirklich ganz viel von dem Saft auf diesen Einstich kommt. Wir haben einfach immer ein Stück Zwiebel abgeschnitten und dann auf den Tippel einfach für so, weiß ich nicht, 10 bis 30 Sekunden einfach drauf gehalten. Ihr könnt natürlich danach zum Beispiel auch den Tippel mit Aloe Vera ein bisschen einschmieren. Es gibt ja dann unterschiedlichste Tipps, was man noch machen kann bei Insektenstichen. Die Zwiebel hat tatsächlich aber wirklich geholfen, dass das erst gar nicht wirklich heftig geworden ist, gleich wenn man wirklich schnell reagiert. Bei Reaktionen, die den ganzen Körper betreffen und nicht nur den Insektenstich solltet ihr natürlich umgehend einen Arzt aufsuchen. Genau, ja, das als Tipp auf jeden Fall am Rande. Ich wünsche euch alles Liebe, bleibt gesund und bis zu einer neuen Folge. Tschüss!